So, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem Krug-Gräft-Server. Wir sind hier im Neffer, der Farmwelt und farmen uns ein bisschen. Ähm, Quartz, was sehr viel ist übrigens. So, ah, was haben wir hier oben? Ich möchte nicht gerne durchbuddeln. Ähm, naja, Holz haben wir leider auch nicht. Wir gehen mal hoch zum, ah ja, hier geht's weiter. Irgendwo ist hier nämlich ein Ding. Ein Dingstiebungs. Ghast. Da ist wieder das Portal, okay. Oder einfach einen Namen. Wie das schnell ist. Wie schnell ich abhören kann. Aufpassen auf das Lava jetzt. Jetzt können wir mal geradeaus. So. Ich will nicht zu viel Haltbarkeit verlieren. Ach komm, geh jetzt raus. Betrieben. Mano, ist das kacke. Wirklich kacke. Bis wir oben sind. Nein, ich singe jetzt nicht der FCB. Hier ist Let's Play Platz. Und das ist nicht der FCB, Mönchen, gell? Leutchen. Ach komm schon, ich komm hier nicht mehr raus. Ich bin... Ich bin einfach nur schlecht empfinden. Trotz Minimap finde ich hier nicht das Anständige. Okay, unten. Ah, hier. Ja, was soll ich jetzt mit dem? Das ist Lava. Ich gehe jetzt dort. Das ist nämlich ein bisschen rot. Das heißt, dass hier eine Ebene ist. Was? Aha, er wollte denken, dass er nicht so schnell gebannt wird. Äh, das ist nicht so richtig. So, jetzt haben wir hier einen Weg gemacht. Nach draussen. Vor die anderen Leute. Gut. Jetzt haben wir so viel Erhaltbarkeit verloren. Oh Gott. Und wir haben 31 Level, also sehr gut. Ich will nur nicht sterben. Ich mach Kippe im Torion. Ich will nicht sterben. Ich will aber noch ein Tempel finden. Was will ich heute noch? Tempel. Was ist das Ding? Soul Sand? Wo gibt's hier Tempel? Ähm. Portal. Ist zwar nicht das Portal ab, damit wir dort zurückfinden. Okay, kurz ein Waypoint. So. Oh, ist das langweilig jetzt, da riebe zu bern. Was im Neffe ist, ist immer etwas langweiliger. Kann ich verstehen. Aber, ja, ich bin halt auch schon ein erfahrener Spieler und finde das langsam recht langweilig. So riebe zu bauen. Hey, ich hab schon fünf Jahre auf dem Buckelein. Spieße ab fünf Jahren regelmässig Minecraft. Da wird's einem langweilig. So, mal ein bisschen weniger mitnehmen. Also, das ist jetzt mein letztes. So viel brauch ich doch nicht. Gut. Ähm. Was, ich hab mir erst so wenig. Da nehm ich doch mit. Aber ich teleponiere mich sowieso dann bald zurück. Ich will nicht wieder zum Portal gehen, dann gehen wir jetzt weiter. Aber haben hier keine... Festung. Da haben wir Glowstone endlich mal. Da oben. Ich grab mich jetzt hier nach oben. So. Schweine, Zombie. So, was haben wir hier oben? Ach, nur Scheiße mit... Ja, das meine ich mit Scheiße, da. Das Soulcent. Komm, wir nehmen ein bisschen Soulcent mit. Das ist, glaube ich, mit... Schaufel. Dann nehme ich die Schaufel für das. Da geht's schneller. So. Und hier mal... ...wieder Ding mitnehmen. Quarz. Also, was haben wir hier oben? Lava haben wir hier oben. Pilze haben hier oben. Nur Schrott. Heh. Ich hätte gern ein bisschen mehr. Aber wieso habe ich hier nicht mehr? Gib mir jetzt eigentlich ein... eine Festung. Eigentlich gibt's eben... etwas, was spart... Also, äh, etwas, was sinnvoll ist, und das ist netter Ruinen finden. Das ist ein bisschen blöd. Aber wir müssen unbedingt netter Ruinen finden. Wir könnten so viele Schädel farmen, dass wir, ähm... dass wir dann Witte besiegen können und so, das macht dann richtig viel Spass. Aber wenn wir keine finden können, können wir sie auch nicht beschwören. Wo ist jetzt dieser Ding? Gast. So, Glowstone könnten wir mitnehmen, aber das ist ein bisschen weit oben, dort drüben. So, nehmen wir das gleich... Hä? Ein Unsichtbar? Aber der Test ist wahrscheinlich nicht so sichtbar. Ah, Treffniskunsttrager. Ein bisschen mehr anziehen vielleicht. Komm doch mal ein bisschen näher. So ein Stück Scheiße. Okay, ich gebe es auf. Jetzt kommt ihr auch noch. Wieso habe ich die erwischt, oder was? Bist du so ein Scheissstück. Echt. Blödes Garstgefieh. Können die nicht brennen, oder was? Okay. So. Komm, du auch noch. Ha. Ohne Verletzung. Wo bist du jetzt? Stück Scheiße. Das sind noch kleine. Sind die auch böse? Ich bin schon ein bisschen schneller. So. Dann bist du halt weg. Von mir aus. Wo bist du jetzt? Ja, das ist schon ein bisschen schneller. Mitnehmen. Ein Goldschwert haben wir auch von einem bekommen. Alles auch los. Dumm mitnehmen. Ah, hallo. Kommst du mich besuchen? Ich will aber keine Gäste. Tschüss. Das ist krass, so schnell die Sparone. So, dille. Hier noch ein bisschen Quarz. Wollen wir Baseball spielen? Baseball. Baseball. Ach, komm schon. Hör jetzt auf zu schiessen. Es ist langsam weg. Voll die Spammer. Von mir aus. Seid ihr nett? Was hat der so für Fragen? Das sind ja Bauer. Das ist eigentlich fast alles. Ja. Aus dem Spawngebäude wurde mit GameMod gebaut. Ja, nein. Also ich gehe jetzt raus. Fertig. Hab keinen Bock mehr. Fertig. Nein, es ist wirklich. Das ist... Bekomme ich noch irgendwo Panik? Okay. Schlimm. Schlimm war es die Polizei erlaubt. So. Gut. Was wollen wir hier machen? So. Ja, ich wollte ja Wölfe holen. Können Wölfe hier spawnen? Nein. Ich nehme jetzt mal Knochen mit. Äh, Knochen sind hier. So. Gibt es nicht mehr Knochen? Dach da. Gut. Dann gehen wir ins Ding. Die normale Welt. Farmwelt. Und holen hier mal Wölfe. Ich kann sie rüberporten. So. Was haben wir hier? Gehen wir mal noch Nordosten. Äh, Nordwesten. Weil es hier schon eine Ebene hat. Oder unten wäre es auch noch gut. Aber ich gehe jetzt mal noch Nordwesten. So. Ähm. Also wir brauchen einen Wall. Ähm. Einen Tiger brauchen wir. Na, wo haben wir Tiger? Oder Taigen. Was ist die Mehrzahl? Taigen wahrscheinlich. So, dele. Ja, sieht nicht so aus wie ein Tiger. Schön gemäßigte Zonen. Das mag ich auch. Wenn alles so ein bisschen gemäßigt ist, nichts. Sei es ist oder kalt. Und ja. Da vorne haben wir einen. Gut. Mal schauen, ob wir Wölfe finden. Ich hoffe es jedenfalls. Wir sind sehr, sehr, sehr. Oh, Flos ist so extrem fasziniert von dem. Oh, wir haben unendlich Slots. Oh. Also, jetzt gehen wir hier rein. Ja, da ist noch. Was? Hier haben wir nur noch sechs. Oh, no, Willem. Du kennst dich ja gar nicht aus. Was für ein Wunder. Nein, ich weiß, dass du noch anfängst. Aber es ist manchmal lustig. So. Haben wir hier irgendwo Wölfchen? Hm, no. Okay. Mehr als Gomme. Weil Gomme heute .NET hat den 16.000. Oh. Oh. Fehlt noch ein wenig. Ja, Gomme heute hat 16.000. Aber es ist ja nur ein Minispiel. Eigentlich so richtig Survival haben sie ja nicht. Sie haben, glaube ich, eine Survival-Welt. Aber die ist sowas von voll gebaut und grässlich. Und bäh. Naja, ich war auch noch nicht drauf. Also, ich habe es nur im Let's Play von Gomme gesehen. Wo er mal online gespielt hat. Und sich beschenken lassen hat. So richtig viel. Oh, je. So. Das könnte ich eigentlich auch machen. Eine Spendekiste fürs Let's Play. Aber dann würde das ganze Flare eigentlich ein bisschen weggehen. Ne, mache ich nicht. Ah, nein. Ich will nicht angerufen werden. Kurzen Moment. Was? Ne, ich hasse Gomme. Aber ich hasse Gomme. Aha. Okay. So, jetzt habe ich das. Ui, wieder. Ich weiß nicht, wer es war. Ich habe einfach abgeschaut. Wieso kann die nicht mich noch anrufen? Das ist so blöd bei 8.1 gemacht. Dass ich zwei Skype habe. Ich müsste das Windows 7 Skype wieder runterladen. Und das andere kann ich nicht deinstallieren. Und allgemein, hey. Gott, oh Gott. Ist das kacke. Da bekommt man wirklich reflexiver. So. Weil das 8.1 ist, kann man nicht oft beschäftigt stehen. Also Let's Play ohne Klingeltöne geht nicht. Naja, von mir aus. So, dele. Ja, das mag ich nicht, wenn jemand anruft, während ich Let's Play. Und deshalb habe ich auch eigentlich meinem Kollegen gesagt, sie sollen mich nicht anrufen, wenn ich nicht sage, ja. Aber ja. Dann halten kann niemand so richtig. Aber schon gut. Ich bin noch ein bisschen wütender geworden. So, ich, ähm. Möchte. Ah, ich will Lüfe finden. Wo sind sie denn? Was? Nein, er kann kein Pilz haben. Mit Axt oder Schere im Segen. Mit Segtuch. So. Hallo. Der Mega hat sich da vor dir. Hallo Mega. Hallo. Hallo Mega. Hallo. Hallo. Ja, was guckst du? Ich gehe jetzt weiter. Mega. Ich bin jetzt nicht aufgehalten. Ich weiss, wieso du jetzt kommst. Weil du angerufen hast. So. Ich möchte gerne Wölfe finden. Guckst du mit? Guckst du mit? So. Wie ein Hönnchen. Ich habe ein Hönnchenknochen. Willst du Knochen? Nö. Er will kein Knochen. Es ist kein Hönnchen. Aber ich will irgendwo Hönnchen. Ich will irgendwo Hönnchen. Ich will irgendwo Hönnchen. Aber ich will keine Hönnchen. Ich sage jetzt ihm nicht, ich will Hönnchen, sonst spawnte mir ein paar. Das will ich nicht. Ich will Hönnchen finden. Komm schon. Irgendwo. Aha. Skeletti. Na ja. Fängt nichts. Hat es hier irgendwo nochmals einen Wald? mal schauen, ob ich es verstanden hat. Ich werde ihn nachher fragen. Okay, hier ist nix. Schade. Gehen wir mal hier nach oben. Was ist das? Eine Blume? Rosen. Na, die nehme ich mit. Das ist auch vom hellen Biom da. Beckenbiom. Mal schauen. durchqueren wir mal dieses hässliche Biom. Naja, ich mag es nicht. Es ist mir zu einfarbig. Okay, zweifarbig wie in dem Weiß. Er hat es nicht mal Blumen. Heide. Keine Dekoration. Nix. Und da drüben. Aber das ist wahrscheinlich ein Gebirge. Nein, die nehme ich jetzt nicht. Ja, okay. Die nehme ich mit. Ich weiss nämlich, was ich mache. Ich werde schön einen schönen Garten bauen. So ein Luxusgarten. Jetzt, wo ich später aufstehe, weil ich nicht mehr so früh aufstehen muss, bin ich müde. Wieso? Schlafe ich zu viel? Also fünf, sechs Stunden sind doch nicht viel schlafen. Das ist eher wenig schlafen. Manchmal auch drei Stunden. Naja, weiss ich nicht. Vielleicht bin ich einfach müde, weil ich noch wenig schlafe. So spät ins Bett gehe, weil ich morgen sowieso ausschlafen will. Hm. Ich suche Wölfis. Wohlfiswölfen? Ich suche über Wölfis. Wie kann man Wölfe eigentlich finden? Die sind zufällig. Die kann man irgendwie nicht auf Dings finden. Ja, schade. Das ist jetzt ein bisschen blöde. Hm. Haben wir hier ein Dorf? Nö. Mal hier weiter. Wir sollten schon in diesem Bion bleiben. Ist das überhaupt Taiga? Ja, ja. So. Wieso verliere ich so viel Hunger? Das ist ein bisschen blöde. So, wir gehen weiter. Äh. Wolfi Wolf. Wolfi Wolf. Wolfi Wolf. Wolfi Wolf. Na? Wo sind die ersten Wölfchen? Oh, ein Enderman, den will ich besiegen. Zwei Enderman, die will ich besiegen. Ja, wo hast du dich hin, Telepoti? Ah, ja. Okay. Ja. Gebraten, ne? Ja. Ja, das mag ich. Ding auch, Steak. Ja. Ah, alles wird gebraten. Das ist Luxus. Mit Feuer. Ist das Luxus? Wir haben einen Ofen am Schwert geleben. Gut, hier ist ein Sumpf, okay. Hier ist ein Skelet. Also. Dann finden wir halt keinen Wolf. Das Let's Play, der Part ist schon vorüber fast. So. Ja. Toll. Wirklich toll. Schade, schade, schade. Also. Nun gut. Ähm. Wir legen die Sachen wieder hier rein. So. Die anderen hier rein. Hier nehmen wir mal ein bisschen Eichen mit. Da rein. Und schauen kurz das Level an. Geh weg. 34. 34 fast. Ding. 34 fast voll ist 2 Striche nicht. So. Dann weiss ich nächstes Mal wie viel ich wieder zurückleveln muss. Wenn ich nämlich auch Survival mache. Sonst haben wir dann zu hoch das Level. Okay. Also dankeschön für's schauen liebe Leute. Und bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss. Oh unsere Ding. Dark Oak Böhm. Tschüss.